Schon alleine bei dem Gedanken an deine nächste Prüfung oder Klausur wird dir einfach nur schlecht. Dein Herz fängt an zu rasen, du fängst an zu zittern, dein Hals zieht sich irgendwie zu und wird irgendwie eng, dein Mund wird ganz trocken, dir wird schwindelig oder whatever, dein ganzer Körper verkrampft einfach und reagiert. Das können alles Symptome sein von Prüfungsangst. Vielleicht hast du auch Schlafstörungen und kannst gar nicht gut einschlafen oder nicht gut durchschlafen und fühlst dich am Morgen auch total geredert oder auf einmal fängt es an in deinem Körper, dass es irgendwelche Schmerzen gibt. Das kann alles von dieser Prüfungsangst kommen, die sich in deinem Körper manifestiert, weil einfach dein ganzer Körper in so einem Anspannungszustand drin ist. Und ich glaube, sehr viele Schüler kennen diese Symptome sehr gut und deswegen teile ich mit dir heute in diesem Video meine Tipps und Gedanken zum Thema Prüfungsangst, denn in meiner Uni-Zeit und in meiner Stuhlzeit hatte ich auch damit zu kämpfen. Also ich weiß genau, wie du dich fühlst, gerade wenn du in diesem Prozess drin bist und diese Angst irgendwie so krass präsent einfach ist und so viel Raum einnimmt und man gar nicht mehr richtig klar denken kann. Also, let's go mit dem Video! Zuerst mal, was ist denn Prüfungsangst überhaupt? Prüfungsangst ist die Angst vor einer Prüfung. Und in einer Prüfung wird man von anderen bewertet. Das bedeutet, Prüfungsangst ist also die Angst vor der Bewertung von anderen und die Angst davor, Fehler zu machen bzw. zu versagen. Und diese Angst haben ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen, auch wenn es sich nicht für alle immer in Prüfungsangst manifestiert. Aber diese Angst haben sehr, sehr viele Leute. Denn diese Angst ist auf einer Urangst in uns Menschen begründet und zwar der Urangst davor, sozial ausgeschlossen zu werden. Und diese Angst davor, sozial ausgegrenzt zu werden, weil man irgendwas falsch macht oder weil man versagt hat und andere einen bewerten und dann dahin bewerten, dass sie einen nicht mögen und dann sozial ausgrenzen. Ja, weil das ist ja dieser Kreislauf, der da eigentlich dann in Gang kommt. Davor haben wir Angst, weil wir soziale Wesen sind. Und wir sind darauf angewiesen, soziale Kontakte zu haben, Kontakt zu anderen Menschen zu haben und nicht einsam zu sein. Denn Einsamkeit bedeutet für uns, dass wir nicht überleben können und deswegen macht diese Urangst auch total Sinn. Sie macht halt nur keinen Sinn, wenn sie übergroß wird und dich daran hindert, in einer Prüfungssituation deine Leistung einfach abzurufen und zu zeigen, dass du das kannst. Also die Angst hat ihre Berechtigung, warum sie da ist. Denn sie bewahrt dich davor, ausgegrenzt zu werden und sie hilft dir quasi zu überleben. Indem sie dir bestimmte Zeichen dafür gibt, dass du bestimmte Situationen lieber meiden solltest. Wie zum Beispiel diese Prüfung. Aber wir kommen alle nicht um so eine Prüfungssituation drum rum und die Prüfungsangst macht dann keinen Sinn mehr, wenn sie zu groß geworden ist und dich einfach daran hindert, das zu machen, was du machen möchtest. Also diese Prüfung zu machen, weil du diese Prüfung für dein Leben einfach brauchst, für deinen Abschluss brauchst, für deine gute Note brauchst. Und dann ist es eine irrationale Angst und alle irrationalen Ängste entstehen einfach nur in unserem Kopf, weil wir bestimmte Gedanken denken, die uns bestimmte negative Gefühle machen und wir deswegen versuchen, die Situation zu vermeiden und dadurch bauen sich diese Ängste auf. Und Prüfungsangst ist eine von vielen anderen irrationalen Ängsten, die wir Menschen haben können. Irrational, denn wir müssen ja eigentlich vor der Prüfung gar keine Angst haben und auch vor der Bewertung nicht. Denn selbst wenn wir schlecht bewertet werden, hat es ja nichts mit unserem Wert zu tun als Person. Deswegen hat Prüfungsangst auch eigentlich was damit zu tun, wie du dich selbst als Person wahrnimmst und wie dein Selbstwertgefühl ist und dein Selbstvertrauen in deine eigenen Leistungen. Also das wäre auch noch ein Punkt, wo du ansetzen könntest, dass du dir Techniken suchst, um dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen zu stärken. Und dadurch, dass die Angst bei uns im Kopf entsteht, und im Kopf bedeutet ja, sie entsteht durch Gedanken, die wir denken, kannst du sie halt auch beeinflussen, indem du deine Gedanken veränderst und indem du positive Gedanken änderst, indem du dich positiv einstellst auf die Prüfungssituation. Denn Prüfungsangst wird mehr, wenn man sich diese Prüfungssituation immer wieder vorstellt und immer in einen Worst Case reinzieht. Ja, das heißt, man visualisiert sich diesen Worst Case und dadurch wird natürlich auch die Angst immer krasser. Oder man visualisiert sich, was alles schiefgehen kann. Das ist genau das Gleiche. Das endet alles in so einer Prüfungsangst, die dann einfach irrational groß wird. Ein bisschen Angst ist ja gut und hilft auch, eine gute Leistung abzuliefern. Aber wenn die Angst so groß wird, dass sie dich einfach lähmt, dass du gar nicht mehr klar denken kannst, richtig, und dass du deine Leistung vor allem nicht abrufen kannst, dann ist es wirklich kritisch und dann sollte man auch auf jeden Fall was dagegen unternehmen. Wenn die nicht so groß ist, wenn du einfach nur aufgeregt bist, dann hat es nicht so viel eigentlich mit Prüfungsangst zu tun, sondern dann ist es die ganz normale Nervosität, die mit dabei ist. Und das ist absolut okay. Und das ist auch wichtig für Prüfungssituationen, dass man nervös ist. Und dieses Gedankenspiel bei uns im Kopf funktioniert so, dass wir einen bestimmten Gedanken denken, dann diesen Gedanken bewerten und uns deswegen schlechter oder besser fühlen. Das ist das ABC-Schema aus der Psychologie, falls du das schon kennst. Das heißt, du hast hier zwei Sachen, wo du ansetzen kannst, um deine Prüfungsangst besser in den Griff zu bekommen. Einmal, indem du aufpasst, was für Gedanken du denkst. Keine Worst-Case-Gedanken, bitte. Und auf der anderen Seite einmal, indem du die Bewertung veränderst, die du bestimmten Gedanken gibst. Das kann zum Beispiel sein, du denkst an die Prüfung, das ist der Gedanke. Die Bewertung ist dann, oh mein Gott, ich werde Fehler machen, ich kann das alles nicht, das wird schief laufen. Du malst dir quasi so ein Worst-Case aus, ja. Und dein Gefühl davon ist natürlich, du fühlst dich nicht gut und du hast Angst davor. Und wenn du das umswitchen möchtest, kannst du das so machen, du hast den gleichen Gedanken, also du denkst an die Prüfung, aber du änderst deine Bewertung davon. Das heißt, du bewertest es jetzt nicht dahingehend, dass du das nicht kannst, sondern ich bin gut vorbereitet, ich habe eine Struktur, ich kann das. Ja, das sind auch positive Affirmationen dann. Und dadurch fühlst du dich auch besser und dadurch fühlst du dich auch sicherer. Und das ist wichtig. Und vielleicht kennst du das Gesetz der Anziehung, wenn du dich in eine positive Schwingung bringst, mit positiven Gedanken, dann kannst du die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass deine Prüfungssituation gut läuft, dass du zum Beispiel gute Aufgaben bekommst oder dass du in einer guten Tagesform auch einfach bist, dass dein Wissen abrufbereit ist. Denn das sind die 10 bis 20 Prozent, die du in der Prüfung nicht beeinflussen kannst, welche Aufgaben kommen, wie fühlst du dich an dem Tag, wie ist dein Wissen wirklich da, aber du kannst vorher alle Weichen dafür stellen. Und da ist das Gesetz der Anziehung eine davon, um eine positive Prüfungssituation quasi hervorzurufen. Und außerdem macht es ja gar keinen Sinn, wenn die Prüfungssituation noch gar nicht da ist, aber wir uns es immer wieder schwarz ausmalen und den Worst Case uns überlegen und uns immer wieder in Angst versetzen, obwohl wir noch gar nicht wissen, wie das eigentlich ausgeht und wie das eigentlich wäre. Oder wir können den anderen Weg wählen und einfach optimistisch in die Situation reingehen und uns die ganze Zeit einfach gut fühlen. Und selbst wenn es dann in der Prüfung nicht gut läuft, dann kannst du dich immer noch schlecht fühlen, aber musst dich vorher nicht schon schlecht fühlen. You know what I mean? Und was auf jeden Fall wichtig dafür ist, dass du ein gutes Gefühl überhaupt bekommen kannst, ist, dass du dich auf die Prüfung gut vorbereitest. Dass du eine Struktur hast, wie du dich vorbereitest. Dass du nicht komplett im Chaos irgendwie bist. Also guck dir das vielleicht mal an. Vielleicht ist dein Lernprozess gerade ein Mega-Chaos und du weißt überhaupt nicht, was du alles brauchst und wie du das alles lernen sollst. Ja, dann wäre das auch nochmal ein Ansatzpunkt, um mehr Sicherheit zu bekommen. Und wenn das alles safe ist, aber du trotzdem noch diese krasse Prüfungsangst hast, dann kannst du zum Beispiel bestimmte Techniken ausprobieren, wie Meditation, Hypnose, Selbsthypnose. Da gibt es auch Videos bei YouTube, da kannst du mal schauen. Oder bestimmte Atemtechniken. Wenn du dazu noch mehr Input haben möchtest, dann schau mal unbedingt in diesem Video vorbei. Denn da habe ich mit dir schon ein paar Tipps geteilt, was du vor deiner Prüfung auf keinen Fall tun solltest, damit du nicht so extrem nervös bist. Und einen wichtigen Mindset-Shift möchte ich dir auch noch mit auf den Weg geben. Und zwar mach dir bewusst, dass es nicht darum geht, dass die Prüfungsangst komplett weggeht. Denn das wird sie nicht. Ängste haben ihre Berechtigung und sie werden immer ein Teil von uns Menschen sein. Und es ist wirklich eine Illusion zu glauben, dass wir frei von jeglichen Ängsten sein können. Auch wenn wir uns die Menschen da draußen angucken, denken wir immer wieder, ja, die haben gar keine Angst und so, aber das stimmt nicht. Die handeln einfach trotz ihrer Angst. Und das ist das, was Mut eigentlich ist, trotz der Angst zu handeln. Also kämpfe nicht gegen die Angst an, sondern versuch dich mit ihr zu verbünden. Denn sie hat einen Grund, warum sie da ist. Und sie wird dir dabei helfen, gute Leistungen abzurufen. Sie darf halt nur nicht die Oberhand gewinnen und so groß werden, dass sie dich steuert, dass sie quasi deine Freiheit und deine Leistung einschränkt. Wenn es aber so ist, wenn die Angst so mega groß ist und dich total lähmt, dann scheue dich nicht davor, dir professionelle Hilfe zu holen. Denn dafür gibt es ausgebildete Psychologen und Angsttherapeuten, die dir da helfen können. Das habe ich auch während meiner Uni-Zeit gemacht, um das in den Griff zu bekommen, also mit Psychologen, mit Therapeuten zusammenzuarbeiten. Und es hat wirklich auch geholfen, vor allem auch zu verstehen, warum ist diese Angst überhaupt da? Also das hat für jeden auch einen unterschiedlichen Grund aus der jeweiligen Geschichte auch einfach heraus, aus den Erfahrungen, die man gemacht hat. Und damit kann man die Prüfungsangst auch richtig gut in den Griff bekommen. Aber das Wichtigste ist und bleibt, dass du dich gut und strukturiert auf deine Prüfung vorbereitest. Und wenn gerade bei dir vielleicht dein Mathe-Abi ansteht oder dein Mathe-MSA oder Mathe 10. Klasse Prüfung, dann schau mal gern bei mir bei Insta vorbei, denn da gehen wir fast jeden Tag live und ich erkläre euch Mathe und ihr könnt eure Fragen stellen und vergiss nicht, den Kanal hier unten zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn dann wirst du sofort informiert, wenn ein neues Video von mir online kommt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video.